Hallo, komm zum nächsten DEL Kids Hockey Day hier in Schwinnigen. Die Kinder haben fantastisch Spaß gemacht und wir freuen uns auf euch nächste Mal sehen. Schwinnigen an sich ist natürlich ein gutes Flaster um anzufangen. Man hat halt mit Wayne Hines einen unheimlich erfahrenen Jugendtrainer, der das schon jahrelang macht und gut mit Kindern kann. Und ja, gerade beim Kids on Ice Day sieht man auch, dass unsere Trainer dabei sind, Torwarttrainer. Also ich hätte mich sehr gefreut in dem Alter mit den Profis mittrainieren zu können. Deswegen ist es eine sehr schöne Sache, was wir auch gerne unterstützen als Spieler. Ich denke für die Kinder ist es schön zu sehen, was man macht, wie es auf dem Eis ist, dass man Spaß hat, ja, dass man so ein bisschen kennenlernt das Ganze. Hey Kids, wenn ihr Lust habt Eishockey spielen zu lernen und mit uns ein bisschen auf dem Eis zu stehen und euch ein paar kleine Tricks abzugucken, kommt doch zum nächsten Kids on Ice Day. Liebe Kinder, kommt zum nächsten DEL Kids on Ice Hockey Day in Schwinnigen. Hey Kids, kommt zum nächsten DEL Kids on Ice hier in Schwinnigen der Helios Arena. Die. 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 The future is now The future is now The future is now